Herr Baumeister Spreitzer, es steht wieder die wichtigste Baumesse in Niederösterreich an, in Wieselburg. Natürlich sind Sie auch dort wieder vertreten. Sie sind ja bekannt als Passivhausbaumeister und gibt es noch Schwerpunkte, die Sie in Wieselburg präsentieren werden? Ein weiterer Schwerpunkt auf unserem Messestand ist die Althaus-Sanierung mit Vollwärmenschutzmaßnahmen und daher darf ich auch den Energieausweis selbst berechnen. Was ist eigentlich ein Energieausweis? Wenn man ein Haus saniert oder verkaufen will, muss man einen Energieausweis vorweisen und diesen können wir erstellen. Und je nach Berechnungsweise wird das Haus dann energieeffizient saniert. Wie wichtig ist es eigentlich für einen Baumeister auf einer Messe wie in Wieselburg vertreten zu sein? Aus unserer Sicht finden wir es sehr wichtig, über den eigenen regionalen Tellerrand hinweg zu schauen und mit neuen Kunden und Lieferanten und Mitmenschen zu sprechen, da wir da wieder am letzten Stand sind und an der Basis zu sein ist ganz wichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal.